Joachim Löw muss künftig ohne seine ewigen Begleiter Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski auskommen. Beide werden für den DFB aber noch einmal auflaufen. Servus Basti heißt der Slogan für das Testspiel gegen Finnland in Mönchengladbach. Beiden Spielern habe ich spontan ein Abschiedsspiel zugesagt. Das war für mich Ehrensache, weil die beiden Spieler natürlich auch menschlich und sportlich gesehen unglaublich viel für unsere Mannschaft, für Deutschland getan haben. Mit dem Abschied von Schweinsteiger und Podolski geht eine DFB-Ära zu Ende. Statt Rumpelfußball konnte das Nationalteam mit ihnen wieder begeistern. Frisch, frech, unbekümmert und erfolgreich. Beide Spieler hatte ich jetzt auch insgesamt seit 2004 zwölf Jahre begleitet. Und von daher finde ich es natürlich auch eine tolle Geschichte, wenn der Bastian morgen, der kommt erst morgen zur Mannschaft, morgen früh. Der Bastian jetzt am Mittwoch. Der Lukas ist leider verlässt, aber ihm habe ich auch zugesagt, dass er dann, ich plane jetzt mal nächstes Jahr im März, weil wir da wieder eben auch ein Spiel haben in Deutschland, ein Testspiel oder ein Freundschaftsspiel, dass er da dann nochmal spielt vor eigenem Publikum. Schweinsteiger und Podolski werden fehlen, sportlich und menschlich. Ihr Abschied aber ist ein normaler Schritt, ein notwendiger sogar. Auf der anderen Seite, klar, es gibt immer mal gerade nach solchen Turnieren einen Umbruch. Es werden Spieler eben auch dann wieder mal aufhören, die ihre Entscheidung getroffen haben. Ich denke, für beide ist einfach auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt jetzt gewesen. Beide haben die Nationalmannschaft geprägt. Beide haben das Größte erreicht, was man erreichen kann. Sie sind Weltmeister geworden nach eben auch vielen Jahren. Und nach diesem Turnier, denke ich, war es von beiden eben auch der richtige Entschluss, jetzt auch zu sagen, gut, sich nochmal auf die Mannschaft, auf die Vereinsmannschaft zu konzentrieren. In den kommenden zwei Jahren bis zur WM will Löw nun verstärkt neue, junge Perspektivspieler an die Mannschaft heranführen. Gegen Finnland werden die Olympia-Silbermedaillengewinner Julian Brandt, Niklas Süle und Max Meyer zum Einsatz kommen. Bastian Schweinsteiger trägt dann zum letzten Mal die Kapitänsbinde. Wer sein Nachfolger wird, werde er am Mittwoch nach dem Spiel bekannt geben, so der Bundestrainer. Wer sein Nachfolger wird, werde er am Mittwoch nachdem. Wer sein Nachfolger wird, werde er am Mittwoch nachdem. Wer sein Nachfolger wird, werde er am Mittwoch nachdem.